Was ist jetzt? Hast du einen oder nicht? Und die rote? Ist gut, man hat auch einen Motor aus Italien drin. Ja. Der Junge ist aus Stahl. Das wirst du sehen. Ist das so? Bei der dritten Verwarnung fliegst du raus und musst deine restliche Zeit absitzen, klar? Steige ich nicht drauf, ist doch Selbstmord. Ach echt? Los, komm schon her, du Pussy. Die reden über dich in der Schule. Ja, was sagen die denn? Du hast jemanden totgeschlagen. Und du glaubst das? Wie ist das eigentlich, jemanden zubereich zu schlagen? Ich spür nichts. Boopauwauw, bin ich Gunman. Klikklaak, Boopauwauw, je punman. Bin ich Stuntman, bin der Mannmann. Aber der Amster ist der Dumbman. Der Rippe schlägt wenig Leben lang. Bring ihn mit der Brüste, aber Pecanum. Knecht ihn lang, weil ich bin Licht. Ja, dann weiter in den Rest, weil die Pannenkoeken space ist. Willi geht an der Bellen-Doll. Boopauwauwauw, he never stundman. I-D-J-B-A-F-O-M-E-S-A-M-E-N-E-N-E-N-E. I-D-J-B-A-F-O-M-E-S-A-M-E-N-E-N-E-N-E. Ja!